Hallo und willkommen zu dem Hack Archie. Ich weiß, wie es ausgesprochen wird. Wie ihr wisst, hat Shango die rechte Seite von der Wii gemacht und ich mach für ihn dann mal die linke Seite. So nervig. Ich hab das schon öfters gespielt. Dumme Blowschal, aber ich eh gleich noch rot kriege. Oh, fast nehmt. Oh, wie drum rollen. Das war's wohl. Oh, was klar, weil hier ist was da hier. Mist. Hab ich das mal weggeschnappt. Oh. Oh, upsie. Was hat echt passieren? Oh, Mann. Mist. Ich merk, ich hab grad echt Mist gebaut. Mist. Boah. Merkig. Mist. ich bin und auch in Brütteln die St ich möchte da war Lala Schädel in der neuen Schale die Hälfte wenn ich bis zum Ende und die Prozent Magen Nürnberg in welchen die Rutsch haben Hörner Karten die in der Hauptbahn Prozent Prozent Karte Lecker das ist nur die von der Sprungkaste weg mmm das war gut, himmelsgut sind ich denke, was ich von ihr halte ja, komm mir, komm mir ja, da soll ich mal schön achten ach, egal und es schafft bei, bei, mein, viel Spaß zum nächsten Teil bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal